Hallo, ich bin Hannelore Mais und leidenschaftliche Kinesiologin in eigener Praxis. Ich bin die Dozentin für die kinesiologische Ausbildung an den Paracelsus-Schulen. Ziel der Kinesiologie ist es, die Menschen in die Balance in ihre Mitte zu bringen, die durch Beschwerden aus ihrer Mitte gekommen sind. Touch for Health ist die Basisausbildung aller weiterführenden kinesiologischen Ausbildung. Mit Touch for Health fangen alle Kinesiologen an. Touch for Health besteht aus vier Modulen. Im Touch for Health 1 wird der kinesiologische Muskeltest gelehrt und die 14 Grundmuskeln mit den Korrekturmöglichkeiten. Im Touch for Health 2 werden weitere 14 Muskeln gelehrt und die Fünf-Elemente-Lehre aus der TCM. Im Touch for Health 3 werden die ergänzenden 14 Muskeln von 42 Touch for Health-Muskeln gelehrt und intensiv geübt. Touch for Health 4 ist ein reiner Intensivübungskurs. Wir beschäftigen uns anhand von Fallbeispielen mit unangenehmen Situationen, wo wir dabei den Stress abbauen, auch bei Prüfungsängsten. Touch for Health ist speziell für den Laien, gleichzeitig für Therapeuten, die Kinesiologie Touch for Health in ihrer Praxis anwenden möchten. Ich bin Instruktorin für Touch for Health und Braintim und meine jahrelange Erfahrung und die vielen Praxisbeispiele binde ich im Unterricht mit ein. Touch for Health wird in seiner Ursprungsform weltweit gleich gelehrt. Ich würde mich freuen, Sie in meinen Kursen und Seminaren zu sehen. Ihre Hannelore Mais.